Hey Leute, was geht bei Gaming Bromstadt und heute mit einer weiteren Folge von Vlogs. So ja, gute Ankündigung, wir haben jetzt von so einer Karte zurück, weil heute ist so ein Angebot und das ist der Rambo. Ja, viele haben mich schon angefragt, wie ich das nicht gemacht habe. Ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte keine Juwelen mehr. Und es war die klassische, aber leider konnte ich noch Juwelen mehr. Jetzt habe ich wieder noch viel zu Juwelen, reicht mir aber dann nicht mehr aus, wir machen erst mal ein Match. Ein, 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 ein. So, also mit dem ersten fangen wir an mit dem Sweety, der Cranchester. Dann, ich weiß nicht, ob ich das kohle. So, jetzt setzen wir erst neu. Wir müssen erst mal gut verfällig sein. Ah, er lacht aber. Okay, das passt schon. Wie, danke. Das bist du jetzt nicht. Oh mein Gott, die Muskie ist fast erledigt. Was ist das? Oh, scheiße. Wie tun wir jetzt, Elite-Baba da? Äh, auch verlebt ihr seid am Funken oder Elite-Baba? Ähm, und verteidigt erst hier. Was? Ich hab grad nichts anderes, Leute. Ich hab grad nichts anderes, Leute. Ich hab grad nichts anderes, Leute. Ich hab's nicht mehr gebrochen. Ich hab's nicht mehr gebrochen. Ich hab's nicht mehr gebrochen. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Hier ist noch kurz eine Meldung. Ich hab so eine Meldung drinnen. Ich hab's nicht mehr gebrochen. Wir können es schaffen, mit viel Glück. Oh mein Gott, wir haben mit 8 Nachts geblieben und unserem Kleintower gewonnen. Gibt sich, oh mein Gott. Der war schon knapp. Also, will ich mal sagen, wir machen Frost, Ballon, Packer, Blitz. Lass uns mal auf Level 4. Weil ich habe meinen Minenwerferverlust auf 3. Also, die war ich nicht. Die 7000 wollte ich mir eigentlich aufbehalten. Okay, ich haue nicht hin. Ihr müsst dann erraten, was kommt. Ich tue den Ton aus. Ich weiß nicht, was gekommen ist. Ich weiß nicht, was gekommen ist. So, ich weiß nicht, was gekommen ist. Ich glaube, es sind relativ gute Karten rausgekommen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das war schon mit der Folge. Es war relativ kurz. Eigentlich, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer, dass ich jetzt einen neuen Screen Recorder habe. Und, äh, ja. Das war es eigentlich schon. Also, ich würde dann sagen, ciao. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.